Vielen Dank für diese Worte von Hubertus Knabe. Aus dem Applaus vorgeregt darauf, dass Sie mich nicht geirrt haben, nicht viel geirrt haben, als ich ihn gefragt habe, ob er sich als Edmund Stoiber maskieren könnte. Trotzdem hat sein Vortrag, glaube ich, richtig platziert an diesem Nachmittag. Nun, ich möchte mich dafür bedanken, dass die Freude auch so deutlich gemacht worden ist und auch diese komische Widersprüchlichkeit der Situation auch beleuchtet hatte, denn manche haben schon kurz nach dem Systemwechsel darauf hingewiesen. Ralf Darendorf zum Beispiel, er wurde häufig zitiert, also ein Spruch von ihm, wonach ein Poliziersystem kann man in sechs Monaten verändern, ein Wirtschaftssystem in sechs Jahren könne man verändern, aber eine Gesellschaft in 60 Jahren vielleicht verändern könne. Und daher richtet sich meine erste Frage an Bolasch-Orban. Die Verantwortung versuche ich dir zu übertragen, warum das so ist. Aber nun, eine Generation, als Vertreter einer Generation, die eigentlich nicht diese Jahre erlebt hat, als Mitglied einer verantwortlichen Regierung, auch vor allem in einer strategischen Position, wo die Gedächtniskultur von großer Bedeutung ist. Also als Mitglied einer solchen Regierung, wie siehst du das denn? Die 60 Jahre, von denen Ralf Darendorf gesprochen hat, stimmt das deiner Ansicht nach, oder kann man diesen Prozess beschleunigen? Was kann man überhaupt tun dafür, dass die Widersprüche von denen auch über Tusk-Knabe sprach, dass sie nicht im Alltag präsent sind? Bitte, du hast das Wort. Als erstes möchte ich alle recht herzlich begrüßen. Ich bin sehr froh, dass ich mit dabei sein kann. Und ich freue mich auch darüber, dass ich diese Rolle bekommen habe. Ich darf hier sozusagen das Ferkelchen auf dieser Konferenz sein. Ich bin gerne als junger Bursche hier dabei. Das ist ja eh ein Zustand, der mal vergeht. Und in ein paar Jahrzehnten wird auch meine Rolle sich sicherlich ändern. Aber bis dahin bin ich gerne hier, wie gesagt, der Grünschnabel. Denn Ende der 80er Jahre war ich eher beschäftigt damit, dass ich laufen lernte und vernünftig essen lernte. Aber wir haben durchaus Erfahrungen aus der Zeit davor. Ganz jung wurde ich konfrontiert mit der Familiengeschichte, mit der Tragödie meiner Familie. Auch wurde ich konfrontiert und das hat unsere Familie durchaus gestärkt. Meine Oma hat viereinhalb Jahre gesessen während der Rakoschi-Ära. Also im Gefängnis der Rakoschi-Ära hat sie viereinhalb Jahre Haft verbüßen müssen, einfach weil sie an die freie Liebe glaubte. Und sie hat sich verliebt in einen Amerikaner und wurde als Spionin, als eigentliche Spionin dann verurteilt im Kommunismus, in einem konstruierten Prozess eigentlich. Und sie hat viereinhalb Jahre verbracht in dem Gebäude, wo die Frau Direktorin Haus des Terrors leitet. Also wie gesagt, wir haben auch Erfahrungen aus meiner Familie. Gleichzeitig nehme ich auch die Verantwortung wahr, dass ich jetzt im Namen der jungen Generation was sagen müsste. Herr Knabe hat hier ein recht pessimistisches Bild gezeichnet über die jungen Generation, die zwei Sätze, dass die Menschen so im Allgemeinen nicht so sehr sich der Geschichte widmen, sie nicht so sehr befassen. Und das handelte von der jungen Generation und jungen Leute erst recht nicht. Die Generation würde solche Begriffe, Losungen und Forderungen nutzen, wonach, ja, wenn jemand die Geschichte kennt, dann sind die vielleicht bekannt aus einer Epoche, die wir uns nicht zurückwünschen. Nun, vielleicht ist es auch in meinen jungen Jahren zuzuschreiben, ich bin trotzdem Optimist, kein Pessimist. Im Gegensatz zu ihm, ich glaube, unsere Generation, zumindest diejenigen, diese Generation, die bereit sind, sich mit dem öffentlichen Leben zu befassen und vielleicht auch in der Partizipierenden, sondern für die Position auch übernehmen, die sind nicht undankbar, die sind auch nicht dumm und die sind auch nicht vergesslich. Die sind durchaus dankbar für die Freiheit und sie können sich auch bedanken bei denen, die gekämpft haben für diese Freiheit. Und da habe ich auch einiges zusammengeschrieben, solange ich dem Herrn Minister und dem Herrn Professor zugeschrieben habe. Ich habe sechs Lehren mir notiert, die ich gezogen habe und die unsere Generation sich eignen kann, zumindest wir als Ungarn, auch nicht jeder, der eigentlich für die Generation ist, aber die Personen, die Menschen, die eher eigentlich auf der nationalen Seite, dieser konservativen Seite da sind, die haben, wenn man diese Lehren hört, dann hat man vieles gelernt, also sechs kurze Lehren erstens. Im Alltag werden wir von Reizen überflutet, sehr viele Informationen, Geräusche, gegensätzliche Meinungen, mit diesen werden wir konfrontiert und dann ist die Orientierung schwierig und als jünger Mensch ganz besonders, denn man hat ja nicht den Kompass, aber, aber das ist ein großes Aber, unterstrichen letzten Endes, wenn wir ein bisschen Abstand nehmen und dieses Geräusch ein bisschen klären, ein bisschen rausfiltern, dann ist es einfach zwischen Wahrheit und Lüge eine Differenz zu machen, das ist leicht und machbar, zwischen Lüge und Wahrheit eine Trennung zu machen, die trennen sich nämlich, und deswegen konnte man, weder vor 1956 noch nach 1956, konnte man eigentlich dem Propaganda nicht glauben, die Menschen wussten, dass es eine Lüge ist, die Menschen wussten ganz genau, dass es einfach nicht wahr ist, was da propagiert wird im Kommunismus, und deswegen haben sie diesem Propaganda auch nicht geglaubt und ich denke, das ist heute auch so, auch wenn es viele gibt, wenn diese zahlreich und stark sind und mit großer Kraft äußern, also äußern, was sie äußern, aber wir Ungarn können uns orientieren, wir können durchaus unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit, daher ist es nichts Negatives, was bei uns geblieben ist, sondern etwas Positives, denn das folgt auch vielleicht aus der Zeit der kommunistischen Unterdrückung, was wir gelernt haben. Eine zweite Lehre, die daraus folgt, wir sind in der Lage zwischen Freiheit und Unterdrückung, wir können eine Unterscheidung machen und in dieser Hinsicht sind wir sozusagen Experten, in dieser Hinsicht, und wenn man uns fragt, dann geben wir sehr respektvoll auch Ratschläge, aber wir selbst können wir durchaus zwischen Unterdrückung und Freiheit unterscheiden und wir wissen genau, wie das in der Unterdrückung war und wir wissen auch, wie die Mechanismen sind im Alltag bei Unterdrückung und auch jetzt und auch in den vergangenen 30 Jahren haben wir 30 Jahre lang, wir haben freigelebt und wir sind stolz auf diese Freiheit und so wie wir das machen, das ist eine dritte Lehre in diesem Zusammenhang, aber es lautet so, Frieden und Sicherheit sind keine Gegebenheiten, seitdem ich natürlich lebe, gibt es Rechtsstaat, Stabilität, Sicherheit, nach den ersten Jahren des Zwischenandes, aber es gibt Freiheit, Frieden, Sicherheit gibt es, also wenn ich nur aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung aus gehe, kann ich denken, dass es gar nicht anders sein könnte, das dürfte gar nicht anders sein, das dürfte sich gar nicht anders sein, weil wir müssen auch zu achten, was wir lernen können aus der kommunistischen Zeit und aus der Zeit des Systemwechsels, der Wende, dann wissen wir auch, dass der Friede nicht gratis gegeben wird, dass man für den Frieden kämpfen muss. Ich habe auch politische, ich unterrichte politische Philosophie an der Uni und am Brügel Lorenzo, das ist das Fresco an der Wand des Rathauses, das haben wir als Beispiel genommen über die schlechte und gute Regierung, haben wir diese Allegorie eigentlich, diese Metapher genommen, da ist der Frieden übrigens eine hübsche junge Frau in der Form, in weiß-weiß gekleidet und liegt auf einem Sofa, diese Dame, aber damit der Frieden bei diesem guten Government auch liegen kann und auch nichts tun, da müssen alle anderen Tugenden arbeiten, da sieht man an diesem Fresco, da arbeitet der Mut, die Klugheit, die Schlauheit, die Einheit, die Wissenschaft. Damit also, damit der Frieden tatsächlich sich ausruhen kann, müssen alle anderen Tugenden aktiv sein, sonst kommt das nicht dazu und es wird Probleme geben. Und wenn der Frieden verloren geht, dann geht alles verloren. Vierte Lehre, vierter Punkt. Die Einheit ist eine seltene Gabe. Als junger Mensch, vielleicht ist es merkwürdig, dass ich als junger Mensch so realistisch bin, aber wir ungern akzeptieren das mehr. Wir sind zwar ein Volk, das gerne sich streitet und diskutiert, nur in kritischen Situationen, kritischen Lagen sind wir in der Lage, in Einheit zu denken und an Einheit zu handeln. So eine kritische Zeit war 1956 und auch 1990, 89, 80 auch. Aber das sind seltene Momente. Wie gesagt, Einheit ist eine besondere Gabe, die es zu schätzen gilt. Und wenn es keine solche Gnadenmomente gibt, dann ist ein politischer Kampf eigentlich im grauen Alltag da. Das Problem liegt da, wenn im grauen Alltag die politischen Kämpfe und die daraus sichergebenden Meinungen und die Plurität da ist und die Konflikte, wenn diese halt nicht auf der Tagesordnung sind, denn da würde es Diktatur geben und keine Freiheit und das wollen wir natürlich nicht. Fünftens, eine Lehre, eine europäische Lehre. Europa kann man nicht trennen, künstlich nicht trennen. Das hat man versucht im 20. Jahrhundert, vielerlei Art und Weise, das ist aber nicht gelungen. Europa bildet eine organische Einheit, Europa gehört zusammen. Wir haben das kuriert in unseren Zellen eigentlich, in Ungarn auch. Wir sind Europäer. Aber man kann auch Europa nicht in Reiche auseinander organisieren, egal, mit bester Absicht vielleicht, ob Marxist, Kommunist oder Nationalsozialist oder die napoleonischen Gedanken. Egal, wer versucht hat, Europa auf Reiche aufzuteilen, der wird gestürzt. Das ist zum Scheitern verurteilt. Europa ist Nationen, Europa der Nationen, aber die Nationen sind es, die für die Zukunft Europas und für die Sicherheit Europas zuständig sind. Und mein letzter Punkt, den ich mir notiert habe, wo auch John Sullivan dann auch hingewiesen hat. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und überhaupt, ich als konservativer, Politiker, Mensch, hat auch keine Richtung, denn die Richtung definieren wir. Und wir sind in einer Epoche angelangt, wo wir nicht einfach irgendwelchen Beispielen folgenden Mustern, sondern wo wir Muster selbst schaffen, wofür der Vorbilder selbst auf die beiden Stellen, Europa, also Europa sucht ein Erfolgsrezept, das Erfolgsrezept und Ungarn kann Erfolg sein, wenn man die ungarischen Erfolgsrezepte anwendet. Und an bestimmten Punkten gibt es dann Verknüpfungspunkte und manchmal sie einander nicht so freundlich gesonnen. Also trotzdem ist es der Slogan der Europäischen Union und das nutzen wir auch selten oder verwenden wir selten oder zitieren wir das häufig, aber die eine Hälfte wie es vergangen ist, also Einheit in Vielfalt heißt das und die eine Hälfte vergessen wir vielleicht. Ich möchte mich bedanken für Ihr Kommen, Ihr Beisein, dass wir uns gemeinsam erinnern können und dass bei dieser Reihe von Erinnerungen auch im öffentlichen Bewusstsein dabei ist und dass die Jüngere Generation auch hilft dabei ein Bild von der Gegenwart und der Zukunft zu schaffen. Ich, mit meinen bescheidenen Mitteln bin ich auf alle Fälle dabei, einen Beitrag dazu zu leisten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese Gedanken, die sich auch zum Teil um die Zukunft drehen, aber ich darf ein wenig auf die Vergangenheit eingehen, im Zuge dessen, worüber Bollaschauban gesprochen hat, das Verhältnis zwischen Wahrheit und Lüge im Zuge des Kommunistischen Systems beziehungsweise der Aufarbeitung dessen. In der vergangenen Zeit mit den Kommunalwahlen in Ungarn wurde vielfach über Pornografie gesprochen, allerdings war es denn nicht Bestandteil einer besonderen politischen Pornografie, als 1994 die große Mehrheit der Bevölkerung Ungarns diejenigen, die an die Macht gewählt hat, die sie vor wenigen Jahren abgewählt hat. Und die Frage ist dann, wie habt ihr das zu damaliger Zeit erlebt? Denn wenn es dieses Heldentum, dieses moralische Kapital und den Drang nach Wahrheit es gegeben hat, nach dem Systemwechsel, war dann die Entscheidung des ungarischen Volkes im Frühjahr 1994 auch anders zu bewerten gewesen? Wie lässt sich das werten? Ich muss da ehrlich sagen, dass die große Enttäuschung und nicht 1994 widerfahren ist, sondern fast sofort nach der Regierungsbildung. Nun, wir haben das so aufgefasst und Jeltschabert hat das so zum Ausdruck gebracht. Der ehemalige Rundetisch der Opposition wurde jetzt mit den Parteien des Oppositionen Rundetisches wurden jetzt ins Parlament gewählt. Sie wurden ins Parlament gewählt und wir haben das nicht so aufgefasst, dass es eine Regierungsseite gibt. Wir sind ja die Regierungsseite geworden und der restliche Teil wäre dann Opposition und von nun an haben sie auch Riesenkämpfe untereinander auszufechten und Jeltschabert hat gesagt, wir sind die Opposition, die an die Regierung gekommen ist und die anderen sind die Opposition, die an die Opposition gekommen ist, denn die Opposition an der Einstellung, die sich in der Demokratie ergibt, ist eine komplett andere Form der Opposition, nach unserem Konzept zumindest, als es hieß, Opposition zur Staatspartei zu sein. Und wir hatten das Gefühl, ja natürlich das, was Balazs Orban hier gesagt hat, selbstverständlich ist, dass man in der Demokratie keine Einheit hat, das liegt auf der Hand, man muss diskutieren und streiten und verschiedene Ansichten werden dabei manifestiert, aber in den grundlegenden Fragen der Nation muss man Einvernehmen finden und da ist die Betonung auf beiden Seiten und zwar grundsätzliche Fragen für die Nation und erlauben Sie mir ein wenig subjektiv zu werden und zu sagen, dass ich eigentlich von der national geprägten Emotion in die Politik gebracht hatte und zur damaligen Zeit, als mein Geist begann zu erwachen, bin ich deshalb im siebten Bezirk am Platz der Rosen gewiesen. Manche wissen das ja bei der Messe um zwölf Uhr nicht zur Schülermesse, weil dort zum Schluss die Nationalhymne gesungen wurde. Und ich kann es nie vergessen, wie es war im Volksstadion, das ist der Vorgänger des heutigen Ferenc-Buschka-Stadions und was für ein Zirkus heute da ist, dass 63.000 Leute in ein Stadion passen, zur damaligen Zeit waren 98.000 dort hat. Und bei den Fußballspielen der Nationalmannschaft haben diese 98.000 Menschen rot-weiß-grüne fahren und es hieß dann immer los, Ungarn los und das war der Grund, weshalb ich die Fußballspiele besucht habe. Denn ganz früh, wo ich begonnen habe, darüber nachzudenken, was ich mit meinem Leben anfangen soll, da mag ich vielleicht sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Ich war damals schon älter als zu Beginn der Sache der Vorredner bei der Wende war und ich habe auf jeden Fall gedacht, dass ich mehr leisten soll, als im eigenen Interesse liegt und auch mehr als die Familie. Ich soll nicht für die ganze Welt, für die Menschheit etwas machen, das war für mich nicht attraktiv, sondern zu weit entfernt, aber für die Nation. Das ist nämlich die Gemeinschaft, die noch nahe genug ist, um sie zu greifen und auf der anderen Seite ist das doch ein wenig mehr als das bloße Ich oder meine Familie. Das hat mich in die Politik gebracht und das war mein Gefühl gewesen. Ich war nämlich der Meinung, dass wenn die Menschen hier das Gefühl frei ausleben können, zu einer Nation zu gehören, denn die Deutschen hielten das ja anders. Nach den Zweiten Weltkriege, nach den zehn Jahren des Nazisystems, nach der Diktatur folgte ja nichts, eine andere Art der Unterdrückung, zumindest spreche ich da über den westlichen Teil Deutschlands, und es folgte nicht diese Unterdrückung auf die andere. Aber bei uns war es so, dass eine fremde Unterdrückung, die zwar kurzzeitige, aber doch deutsche Besetzung wurde abgelöst von der sowjetischen Besatzung, von der russischen Besatzung, die ja 40 Jahre angedauert hat. Und ich dachte, und das hat Chandor Czori sehr gut damit charakterisiert, dass er gesagt hat, dass bei uns die Pfeilkolzer, die Schreckensherrschaft der Pfeilkreuzler ein knappes Jahr gedauert hatte, Ich dachte, dass nach der kurzen Zeit des Nationalsozialismus kamen Jahrzehnte des unnationalen Sozialismus, nicht in jedem Land und nicht in allen als sozialistisch bezeichneten Ländern war das typisch. Es gab Orte, wo man das Nationalgefühl ausleben durfte, in Ungarn nicht. In Ungarn war dieser Sozialismus unnational. Und ich dachte, dass wenn die Freiheit kommt und die Menschen frei ihr Nationalgefühl ausleben können, dann werden sie auch die Widrigkeiten ertragen, die unweigerlich damit einhergehen. Und wir wüssten sehr wohl, dass die Veränderungen schreckliche Schwierigkeiten mit sich bringen werden. Dass, wie gesagt, diese Schwierigkeiten dann ertuldet werden, die grundsätzlich von den 40 Jahren Kommunismus verursacht worden sind, aber uns angekreidet werden. Wir hatten aber nicht gedacht, dass wenige Monate nach dem Regierungswechsel eine Blockade der Taxifahrer in Budapest stattfinden soll. Das hatten wir uns nicht gedacht. Und das ist ja in Ordnung, dass es nur die Taxifahrer waren. Aber zumindest in den ersten Tagen dieser Taxifahrerblockade sich auch die einfachen Leute anstelle der frei gewählten nationalen Regierung sich auf die Gegenseite geschlagen haben, die Taxifahrer. Das war wirklich so, dass die alten Tanten heißen Tee gebracht haben. Haltet durch, Jungs. Und mit der Zeit hat sich das verändert. Das war schrecklich, eine schreckliche Enttäuschung gewesen. Ich bin da zu Josef Antol in der Klinik. Er saß am Rande seines Bettes, sah mich an und sagte, wir haben gedacht, es gäbe eine Nation. Das hat er mir gesagt. Zu dieser Zeit waren wir damit konfrontiert, mit der Enttäuschung konfrontiert und nicht 1994. Das folgte erst dadurch. Aber im Zusammenhang zu 1994 darf ich darauf hinweisen, dass diese Regierung die einzige war unter den ehemaligen sozialistischen Ländern, die ihre vier Jahre, die volle Legislaturperiode gedient hat. Sie ist nicht gescheitert. Die erste frei gewählte Regierung ist nicht gescheitert. Das ist hier das einzige Land unter den ehemaligen sozialistischen Ländern. Sie hat die Wahl verloren und sie ist nicht in die Zwischenwahlen gegangen. Und ich möchte das betonen, wenn man das richtig bedenkt, Antol hat ja gesagt, dass eine Kamikazier-Regierung liegt auf der Hand, dass er im Stillen, im Geheimen gehofft hat, dass es nicht zu einer Wahlniederlage kommt. Aber trotzdem haben wir klar abgesehen, dass man ganz tief in sich gegangen ist. Und im ersten Augenblick mag es vielleicht das Verhalten der Opposition sein, das große Enttäuschungen bereitet hat. Und der nächste Augenblick war die Zeit der Blockade durch die Taxifahrer. Wenn ich dann andere Stelle, dann hätten wir zu dieser Zeit auch sehr wohl daran denken sollen, dass es doch sehr wohl kein leichtes wird, kein einfaches wird mit den ersten vier Jahren. Und es kann sehr wohl sein, dass im Nachgang nicht die oppositionellen Parteikollegen folgen werden, die mit so großem Melan in den Kampf gezogen sind, in den Kampf gegen uns gezogen sind, sondern dass sehr wohl die Kommunisten wiederkehren. Das ist 1994 passiert. Damals haben wir das als Realität wahrgenommen. Dankeschön, allmählich neigen wir uns dem Ende unserer Zeit zu. Aber ich möchte doch darauf zurückkommen, was Hubertus Knabe hat Revue passieren lassen, und zwar im zweiten Teil seiner Ausführung, was den Realitätssinn und den Skeptizismus verdeutlicht hat. Meine Frage in diesem Zusammenhang ist, wie ist es denn eigentlich möglich, oder wodurch lässt sich das im öffentlichen Leben Deutschlands erklären, wo ja, und das schulden wir vielleicht den Kommunisten in Ungarn, dass die Härte der 80er Jahre hier doch völlig anders war als damals in Deutschland? Wie kann es doch sein, dass diese Art von Gedächtnisverlust, diese Art von Amnesie so schnell über die Öffentlichkeit in Deutschland hereingebrochen ist? Wie ist es denn möglich, dass ein Gregor Gysi, über den jeder gewusst hat, welche Rolle er gespielt hat, im Einparteienstaat, bereits ab Anfang der 90er Jahre in sämtlichen Talkshows, sämtliche Fernsehsendalen stark geworden ist? Und wie ist es denn möglich, und das ist eine komplett aktuelle Nachricht, dass selbst die deutschen Christdemokraten erst jetzt, erst vor wenigen Wochen, klargestellt haben, dass man die DDR als Diktatur bezeichnen darf, und es sei nicht nur ein bloßer Unrechtsstaat gewesen. Was war der Grund gewesen, dass man dem ins Auge geschaut hat? Es gab natürlich die Gorg-Behörde, es gab vieles. Aber in der Öffentlichkeit ist es doch diese Verhaltensweise, die es eher zugelassen hat, diese Ansichten zu haben. Warum ist das der Fall? Ja, wenn ich das wüsste, lieber Herr Pröhle, dann würde ich das sofort ändern. Das ist wirklich schwer zu beantworten. Ich fange mal vielleicht mit dem Punkt an, dass linke Diktaturen in Deutschland wohlwollender beurteilt werden als Rechte. Das zieht sich durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ist wahrscheinlich eine Spätfolge des Nationalsozialismus, vielleicht auch eines gewissen, wie kann ich das jetzt formulieren, Herr Botschafter, eines negativen Nationalstolzes. Wir wollen Weltmeister sein, auch im Verbrechen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das ganz offensichtlich so, dass linke Diktaturen mit größerem Wohlwollen betrachtet werden als Rechte. Und das war schon vor dem Mauerfall so. Und das verlängert sich jetzt rückwärts blickend nochmal auf die DDR, wobei ich hinzufügen muss, dass das alles schon mal da gewesen ist. Ich habe kürzlich mal einen Text geschrieben, der fing an mit dem Satz Geschichte wiederholt sich nicht, sagt man. Daran habe ich inzwischen Zweifel, weil ich das alles schon mal erlebt habe. Dass wer den Sozialismus kritisiert, als rechts hingestellt wird. Wer die DDR so darstellt, wie sie war, gilt als nicht objektiv und so weiter und so fort. Ich war regelmäßig auch bei den DDR-Forschertagungen in der Bundesrepublik und ich entsinne mich, da waren also diese ganzen hochkarätigen Wissenschaftler, die dann noch zu der Schlussfolgerung kamen, die DDR ist die zehntstärkste Industrienation der Welt. Und die DDR und die Bundesrepublik würden sich immer ähnlicher, weil sie beide Industriegesellschaften sind. Und deswegen würde das später praktisch automatisch eins werden. Oder die Theorie, man dürfe die DDR nur immanent kritisieren, war wirklich ein Dogma damals in der Zeit. Also man durfte nur das kritisieren, was ihren eigenen Maximen widersprach, aber nicht was vielleicht dem gesunden Menschenverstand oder anderen Kriterien widersprach. Die sogenannte immanente Methode. Und diese Dinge, die werden jetzt reaktiviert. Und wenn man sich fragt, warum linke Diktaturen populärer sind als Rechte oder Wohlwollender beurteilt werden, dann hängt das natürlich auch mit der Qualität linker Ideologien zusammen. Die Nazi-Ideologie, wir sind die Stärkeren und der Stärkere setzt sich durch, sozusagen Darwinismus pur, die ist für die meisten Menschen, die nicht gerade sehr stark gebraucht sind, nicht besonders attraktiv. Aber die Ideologie, wir versprechen euch, wir errichten das Paradies auf Erden, nicht erst im Himmel, wir schaffen Gleichheit, eine soziale Politik gegen die Profitgier einzelner Individuen und Konzerne, das trifft bei vielen auf wohlwollende Unterstützung, um es vorsichtig zu sagen. Und da gibt es gerade in den intellektuellen Kreisen in Deutschland eine lange Tradition. Seit den 60er Jahren ist das so. Dass also viele, die heute in Deutschland tonangebend sind, vom früheren Außenminister Joschka Fischer bis hin zu Herrn Kretschmann, dem Ministerpräsident von Baden-Württemberg, früher eindeutig linksradikal waren. Und das gilt auch für viele Journalisten, für viele Hochschullehrer, Lehrer und so weiter und so fort. Und wie das so ist, der Mensch erfährt seine politische Prägung, wenn er jung ist. Und dann bleibt er meistens dabei. Und die Renegaten sind eher die Ausnahme. Und deswegen ist da so ein, mehr so ein Bauchgefühl, würde ich das formulieren, dass linke Ideen, Sozialismus, das ist kein Synonym für ein Unrechtsregime. Sozialismus, da leuchten die Augen bei vielen. Das ist eine positive Utopie, trotz all dem, was geschehen ist. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, der dabei eine Rolle spielt, dass es auch bei den bestimmenden Eliten in dieser Zeit in puncto Abrechnung mit dem Kommunismus eine erstaunlich große Übereinstimmung gab, dort nicht zu heftig, nicht zu rigide vorzugehen. Die Osteliten hatten doch kein Interesse daran, zum Beispiel die Blockpartei CDU, hier ein Tribunal zu entfalten, wo sie plötzlich der Gefahr laufen würden, selbst da auf die Anklagebank zu geraten. Also der Ministerpräsident Lothar de Maizière zum Beispiel 1990. Also die Osteliten hatten kein gesteigertes Interesse an dieser Auseinandersetzung. Die Westeliten auch nicht. Nicht nur die Intellektuellen, sondern vor allem auch die Politiker, die ja wirklich dicke Kumpel waren. Der Parteichef der SPD war Perdue mit Erich Honecker. Gerhard Schröder, ich hatte lange Zeit in meinem Büro einen Brief von ihm an Egon Krenz, dem Nachfolger von Erich Honecker, lieber Egon, ich wünsche dir zu deinen Wahlen ganz viel Erfolg. Ich dachte, welche Wahlen meint er denn? Ja, ich habe es auch nicht so einfach hier, aber ich fasse jetzt ein bisschen meinen Worten zusammen, in Freundschaft. Also es gab eine wirklich zum Teil unanständige Kumpanei und es gab vor allem nach 1989, man kann ja Fehler machen, das ist nicht der Punkt. Wir alle machen Fehler, nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Aber dass nach 1989 keine kritische Auseinandersetzung damit erfolgte, das ist der Punkt, der diese Saat sozusagen wieder fruchtbar macht. Die Grünen sind 1990 in den Wahlkampf gezogen mit einem Plakat, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Das ist heute wieder aktuell, aber damals war das überhaupt nicht aktuell. Sie sind auch aus dem Bundestag geflogen. Es gibt kaum jemanden, der diese radikalen Irrtümer kritisch reflektiert hätte. Die Grünen wollten die Auflösung des innerdeutschen Ministeriums, die wollten die Aberkennung der Staatsbürgerschaft für die DDR-Deutschen, die wollten die Schließung, wie die SPD, auch der Erfassungsstelle Salzgitter, wo die Verbrechen der DDR dokumentiert wurden und so weiter und so fort. Viele, viele Irrtümer, über die es sich lohnen würde zu sprechen, das passiert nichts und deswegen kann man mit den alten Hüten sozusagen wieder Furore machen. Alter, Wein in neuen Schläuchen, das funktioniert. Vielen Dank, ich denke, dieses Gespräch kann man nicht abschließen, sondern nur beenden. Ich möchte mich herzlich bei Emre Kugnab, Hubertus Knabe und Bolaas Orban dafür danken, dass sie bei uns gewesen sind und heute da sind. Jetzt folgt eine Pause von zehn Minuten, wirklich nur zehn Minuten, weil im nächsten Gespräch wir eine etwas größere Perspektive nehmen und über den deutsch-ungarischen Horizont gehen, und zwar weit hinausgehen, und ich kann weiterhelfen, dass Edmund Stoiber bereits bei Bitschke einem Vorort ist. Also, zehn Minuten Pause.